Herzlich Willkommen Freunde zu Counter-Strike Global Offensive mit Maru und mir im Competitive auf das 2. Mit Gold 3. Yeah. Ich war Gold 4. Dann hast du aus Versehen mit einer Art Dann wurde ich provoziert und hab dadurch verloren Bang Bang! Im Warm Up geh ich immer ab! I shut you down! Bang Bang! Also AWP kannst du mich auf jeden Fall niemals in die Hand drücken I hit the ground! Oh nein der hat eine Vendetta Maske Ernsthaft? Ich seh die ja nicht mal bevor ich tot bin Ash! Im Gegner Team hier! Filter Go! Ich glaub das nicht Sogar ein Bild von Ash Jetzt wissen wir was er den ganzen Tag macht Achso! Me B Soll ich da mit B gehen? Ja ja So bei dir seh ich den Rang, wahrscheinlich weil wir zusammen angemeldet haben Ah ok dann sieht man sie jetzt nicht mehr, vielleicht haben das rausgebracht Aber ich wollte mich sehen, dass ich das auf jeden Fall gesehen habe Am Ende siehst du es immer, immer wenn das Scoreboard kommt Das Scoreboard kommt, siehst du alle Regeln Ah ok Es ist ja auch besser so, damit du nicht von Anfang an denkst Oh scheiße, ein Diamant 3 Ach kurz Ok Einer mich Diese Person No Soll ich Was bitte du nicht? Oh das war guck War das der? Oh doch, dann ist sie eine Doppelungchönung Und da hat der einen ja nicht gesehen Ah der einen ist auch schon auf A Ok dann stand der Einer in Berlin Oh ich sehe nicht Aber ja das Modi Das ist schon abgestattet Und die Kanade geklaut, yeah! Das mach ich kurz. Richtig kaufen, oder? Hm, ich kann's ja klar. Am Ende gebe ich ihm eine gute Waffe, nämlich wie bei meiner MP. Hansestadt Hamburg eSports ist auch dabei. Ja, ich lospawne, dann gehe ich halt alllang. Mal sehen, ob mit der Scout was geht. Ah, kurz. Ja, kurz. Kannst du mal? Oh, scheiße. So. Wollte ich vielleicht Makros machen dafür? Im Normalfall redet man ja. Einer der 5. ist Bombe? Ne, ist dann die Bombe. Boah, der war nice. Von Ashe. Geht er weiter? Ne, er steht immer noch auf der Treppe, jetzt geht er weiter. Weiter zu dem Spot? Ja, ja, ja. Hat noch 12 HP, also. Betroffen hab ich ihn schon. Wir sind jetzt alle auf A. Ist die Bombe dort? Bomb has been planted. Nein. Durch gerannt ist glaube ich keiner. Bombenäger muss noch in der rechten Seite sein. Sehr schön. Wo war? Äh, Cutters. Achso, du lebst noch? Ne, du lebst nicht. Ne. Da ist nur einer, ne? Beide achten jetzt auf den einen. Hinter ihm! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die ganze Zeit stand er hinter ihm! Gesehen! Was ist das noch? Oh ja, 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 klar. Genug Zeit. Das ist der echte Ashe. Want your sniper. Can it there is win? Can it there is win? Achso! Deine Sniper, ja. Hast du ein Scout mehr wert? Das Scout ist billig, aber er hat ihn so gefragt. Das fand ich sehr nett von ihm. Das ist alles billiger. Das fand ich halt so netter Zug. Und er hat es halt mitgenommen, obwohl ich ihm nichts gesagt habe. Und er hätte eh neu kaufen müssen, obwohl er die Chance auf eine Knarre gehabt hätte. Ich werde mich da, in der zweiten Hälfte werde ich mich wieder da rausboosten. Ah, kurz wieder! Okay. Ein Hit, glaube ich. Aber er landet immer einer. Ein Bomb ist wieder Cutters. Was? Ich sag ja immer nur an, wo ich euch hier sehe. Ich kann ja nicht sagen, wie viele Leute da sind. Kurz hat auf jeden Fall kassiert. Was ist schwer da, der? Die Bombe ist Kurz, okay. Ah, hat noch gut kassiert. Soweit ist frei. Wir sind einfach um den da an der Ecke. Soweit ist frei. Schuss. Ich wusste nicht, dann hättet ihr ja sehen müssen. Ich war ja schon durch. Weil wir lang kurz angegriffen haben. Warum hat er das durch den Namen entfernt? Ich will nicht mehr. Wegen HH bestimmt. Keine Ahnung. GER und HH kann ja jeder noch irgendwie in Verbindung bringen. Mann! Ich dachte ich war durch, ey. Wird ja durch AWP-t, oder was? Aha. Terror hat schon gute Vorteile mit der Sniper, aber seitdem die Kiste so weit weg von den Cutters ist noch mehr. Viel besseren Überblick. W ist einer. Ah, die ist weiter nicht erwischt. Na, Roto hat mich erwischt. Schön. Einer hinten rechts auf dem Spot. Oh, gott's noch. Nice Schütze! Ch representatoren. Mach los! Da ist schon lustig, das er da die alte Stimme genommen haben. Ja? Gat, pass raus, die neue? Ne, das ist DIE Stimme. Die gibt's schon in H1 6. Bist du schon der Entwickler oder? Ich kann mir fast vorstellen, dass das der Entwickler ist, der das selber gesprochen hat. Du wärst der gewesen, der damals die Idee hatte zu Counter-Strike. Die Idee ist ja nicht alles. Einfach mal nach Half-Life Mod. Muss das ja dann auch noch vermarkten. Zaaack. Flashbang Cutters. Wird total geflasht. Ash and one. Er hält das hier her. Wollte ich wieder gucken. Ah ne, bitte hältst du. Dann... Ah. Pit? Pit ist hinten A lang, oder was? A hinten in der Grube. Warte, ich gehe immer hinter dir lang, damit ich in die Blöcke. Nice. An 8 out. Letzte ist in Pid. Oder doch. Oh mein 8 hin, die voll weg gefetzt. War da zu spät. Den Jumper. 103er Ping. Ein Video muss fertig sein. Yay. Ein Schuss kam durch die Mitte. Ja. Wie ist der Gnade. Wurde ich gegen die Bombe da oben sehe. Wir müssen hier sehen. A auch hab ihn getroffen. Zwei Leute getroffen. Zwei Kuren. Okay. Ich schleife durch die Cutters durch, ja. Das war nicht mein Kill, leider. Bumble liegt, Cutters unten. Habe ich ihn doch gehört. Ich sehe jetzt eigentlich einen besseren Ping, aber es gerade läuft schlechter. Wen? Und wie? Ich habe schon öfter gesehen, dass man wen reporten soll. Sollspieler wahrscheinlich. Boah, lange ist erstmal frei bisher. Mitte auch nichts. Oder sitzen noch da. Mitte selbst jetzt. We cutters unten. Okay. Einer ist abk. Den habe ich. Die Bombe liegt noch auf T-Base. Oh, abk damit. Hast du den in den Cutters erwischt? Doch, ich war unten in den Cutters und wollte danach schön hoch rushen und hat die AK geklaut. 79 in 3 habe ich an einem gemacht. den Cutters runter Mitte. Also einer mit Low HP ist noch da drin. Ja. Also einer sollte lieber rein, weil die können wie gesagt schon weg sein. Mitte ist ja frei jetzt. Achso, dass er die Bombe jetzt geschnappt hat schon meinst du? Der ist tot. Der ist tot. Habe ich sogar Assists bekommen oder hast du das? Ne, das war meine. Ich habe eine AWP. Okay. Warte noch. Warten. Der hat nichts. Doch, der vor dir hat. Okay, dann. Oh, 7-0 ist bitter. Ja, wenn einer AFK ist. Ja, jetzt erst. Der so die Jagd ist quasi wieder so einer, der eigentlich nichts zu suchen hat, weil er auch schlecht aufschießt hat sich. Ich kann doch gar nicht mehr nach oben kommen. Ich muss unbedingt den Ping loswerden, wenn man noch eins macht. Immer so einen Glückschuss. Das Problem ist, ich mein Schuss, ich schieße und ich weiß aber noch nicht, ob ich getroffen habe. Es kommt erst kurz danach so. Ach. Du hast gesagt nicht so direkt da. Verdammt. Ich hatte schon das richtige Gefühl wieder. Ich bin dagegen nicht gut geschossen. Gibt es irgendwie Anhaltspunkte, wo ich mir quasi so merken kann, so da ist der Kopf so auf der Höhe oder muss ich immer auf einem gewöhnlichen Sinn wissen? Nee, die Kisten haben meistens Kopfhöhe. Okay. Nee, weil ich hätte es halt wieder zu tief gezielt. Die ganz normalen Kisten überall stehen, haben eigentlich immer Kopfhöhe. Ja, endlich. Da können wir nichts machen. Uh, so die ja. Oh, den beleidigt das. Ach, da nicht lange. Genau. Oh ja! Ha! Achso, die Waffe wollte er gar nicht. Er hat die Waffe da hochgeworfen. Ah ja, Russian Waman, ich mach mal hier einen auf. Langweiler bei 7,1. Na gut. Ich muss jetzt B, weil ich B stehe. Ja, theoretisch musst du immer da hin, wo du warst. Also nie wechseln. Achso? Weil die anderen gewöhnen sich ja auch dran, wo es hingeht. Ich dachte jetzt, weil ich da B stand und viel besser B komme, ohne dass ich mit A mit einem blocke. Hat das einer? Mitte war einer. HWP immer noch Base. Gip. Ja, ist mir schon klar, ich wollte es euch nur sagen, hier, Gauner. Bin ich zu mehr. Ist bitte safe? Nein, die HWP guckt da. Nee, ich kann von uns die Mitte. Nee, ich kann nicht in die Mitte gucken, nein. Da steht er. Das heißt, er könnte von hinten kommen oder von vorne? Also auf B kann er nicht durch Holztor kommen, das geht nicht. Okay, das wollte ich wissen. Ich weiß nur nicht, ob er durch die Cutters geht. Ja, kann er durch. Ich wollte nur wissen, ob ich auf den Rücken achten muss. Da ist noch einer drin in den Cutters. Dann muss er das sein, weil der N1 ist ja auf K. Du bist, glaub ich, der Steps gehört zu haben. Ich bin mir nicht sicher. Was soll ich eigentlich question? Bleib mal hier. Das war er nicht dann. Ich bin den Letzten. Nein, der wird gerade gekickt. Er ist weg. Jetzt erst. Das ist natürlich immer mies, immer einen Abkeller dabei zu haben in den letzten Runden. Ich meine, gut, wir hatten doch schon eine Runde, wo sie dadurch einfach gewonnen haben. Ja, war einfach der bessere 2 gespielt. Ja, wenn der Xico jetzt reinrennen würde. Ah. We're waiting time. Let's go. Boah, Flash auf lang. Detailblind. Unten Rampe. Oh, ich bin tot. Also, hin. Pit. 2 jetzt. Pit. Einer kommt jetzt lang lang. Der Lang Lang ist tot, aber Pit sitzt, glaub ich, nur drin. Ah. Ein Hit in 10. Wow, wow. Nothing. Irgendwie lange geht es noch. 101 Ping immer noch. Muss lange dauern beim Zocken. Jetzt ist er durch. Reißsituation. Ja. D-Klasse, bei A kurz kommt. Und wenn er über lang geht, kostet zu viel Zeit. Es muss ja fast Rushman-Shutters, um mir die Bombe zu defügen. Und jetzt legt sich jetzt auf dem 101 über die Range an. Würde ich auch nicht unbedingt machen. Weil sie sind ja eh zu zweit. Aber dann sitzt jetzt einer hinter ihm. Und jetzt hat er verloren. Weil der andere weiß jetzt auch, dass er lang kommt. Über A kurz kann er nicht mehr wechseln. Weil die Zeit nicht mehr reicht. Ab jetzt ist es vorbei. Dann müsst ihr beide abballern beim Rushen. Die Chance einmal zu gering. Ja, aber die müsst ihr einfach nur verstecken. Fehler. Ach so, die Jagd. Jetzt. Jetzt hab ich Lügenstrafen. Ist da Platz 2? Den Terroristen. Schön, dass ihr alle zuerst B durchhüpft. Dann kann er ja wenigstens mit der AWP schon mal schießen. Ja. Hüpft, hüpft. Okay. Ey. Granate hat das. Man ist tot. Na, das ist richtig mies. Das musst ihr mal bei mir in der Aufnahme angucken. Das kommt anscheinend durch die Lags. Hätte ich bei dem 130er Ping noch nicht. Mein Scope geht manchmal einfach weg. Oh Gott. Er zoomt rein. Und zoomt aber direkt wieder raus. So, mit einer Animation, die es gar nicht gibt. Und ich wollte gerade abdrücken und dann auch Scope weg. Und dann hab ich trotzdem geschossen. Ich hab mich trotzdem erwischt. Wird er sogar. Na ja. Die AWP mitzubringen liegt unten in der Mitte schnell. Ja. Wenn der erschienen sie nicht aufgehoben hat, was ich meine. Wann der was? Ja. Da ist ja keiner gestorben außer mir. Wann der was? Ja. Da ist ja keiner gestorben außer mir. Grenade aus. Deploying Flashback. Lang. Mitte durch. Einer, der Zodiac steht noch in der Base. Einer in der Mitte ist tot. Zwei oben rechts in der Mitte. Also beide oben. Zwei Stück oben Mitte. Dann halt ich Mitte einfach von hier unten aus. Ich geh durch das Holz und wirf eine Granate nach oben rechts. Ich geh nur eine Brandgranate. Jetzt haben sie sich eh verschoben. Ja, die haben sich eh verschoben. Du hörst ja die ganzen Stücke. Das ist links. Ne, ich dachte, die haben sich verschoben. Ja, aber ich denke eher, dass die nach unten gekommen werden, wenn die durch die Cutters gehen. Achso. Ah, lang. Boah, der ist schon schön durchgeballert jetzt. Cutterschall jetzt. Schon wieder blöd. Das können sie eigentlich auch aufgeben. Ja. Echt. Das ist auch blöd so. Ich mag zwar einfache Sieger, aber es sollte wenigstens fair sein. Das Auto ist normal. Die ist so OP. Na klar, wenn nicht. Das ist durch die Mitte gewarscht. Lang ist erstmal dicht. Neues hat meine Waffe automatisch gesucht. Ah, lang ist einer durch. Hat jetzt meine M4. Ist aber noch nicht weiter. Er ist noch in einer Pit. Okay, noch ein Assist. Und der letzte ist base. Wo ist Alang? D10. Wo ist er? Ist er auch Alang durch? Das habe ich nicht gesehen. Ich habe da nicht hingeguckt. Ich glaube im anderen gerade. Zwei AWP's. Wir beide gucken hin. Die Chance hat sich verfehlt. Sie ist momentan sehr hoch. Na. Ja. Quatsch. Das war aber auch die perfekte Höhe. Ich musste mich nicht bewegen. Ich musste nur den Knopf drücken. Ja. Da haperst du mir halt. Der Reflex den Knopf zu drücken. Und zu ziehen noch. Unsere Mission ist simpel. Take them out. Komm. Was ist das denn? Oh. What? Steht auf einmal in einem Rauch vor mir. Hehehe. Hat aber nichts gemacht. Ja. Feier in der Hall. Grenade. Die Kalas ist frei wenn du B bist. Ich bin hinter dir in der Mitte. Die sind beide in der Mitte. Oh. Haben wir diesen zwei mit der USP. Und einen ohne Zoom. Ich muss noch schnell nach oben kämen. Und damals. Ja genau. Oh hier werden AWP's gedroppt. Du musst jetzt oben stehen. Hier werden Knacken gedroppt. Da wird dieses MVP Ding haben von wegen. Hey ich habe. Das ist nicht die letzte Runde ne. Noch. Gnade out. Gnade out. Gnade out. Gnade out. Ja klar. Habe ja 3 genassen. Ah lang. Ah lang ist keiner. Ja. Weil in der Mitte bin ich hochgerusht. Da habe ich nichts gesehen. Ja B sind sie drauf. Bomb has been planted. Ja. Einer ist hinten. Einer ist links jetzt. Blank down smoke. Flashbang. 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 Glauben nicht. Bin mir aber nicht sicher. Steht da ohne Witz? Ich kann es nicht lesen. Mal gelb auf gelb. Ey. Digger wir werden gewummst. Ohne? Oh im G. die Städte steht O-N Prozent b bei der B steht Ach du, dass ich hinterlaufe, weil ich bin ja der schlechteste Schütze, da können die eher Opfern uns sagen, wo die Gegner sind. Jetzt hat Ash mich ausgetänzelt. Ah, da kam eine Kanate. Ash catcht an mir, genau, mach das Ding klar. Ah, ja, schau mal, soll ich mit dem Block nicht auf den Kernkampf-Kampf einlassen, ne? Okay. Eine und zwei Runden noch. SMG und dann wieder Rush. Wieder B? Ja, ich geh wieder B. Ah, der rentt A. Hast du die Bombe? Ja, ich hab die Bombe. Okay, ich komm mit. So gut für B, dann muss ich in die A gehen. Auch keine Knarren. Ich hab das fast den besten B-Spawn überhaupt anbekommen, oder? Bin da, bevor die Granaten, also die Granaten werden an mir vorbeifliegen. Kupfer. Darf ich ja. Ah. Ja. Ja, wo sitze ich mich ein bisschen hin? Ja. Wo sitze ich mich ein bisschen hin? Was ist denn da? Ja, ich kann mir anders kommen. Letzte Runde jetzt, wenn wir gewinnen. Kann mir nur noch eine Schottie. Und dann? Ja, da geh ich irgendwo. B geh ich noch. Ja, ja, B. Da komm ich mit, für die Bombe. Ich komm mal nicht, dass die Flashbang jetzt genau vor mir liegen. Einen hab ich. Und den anderen? Einen hab ich. Da gehst du nur zwei drauf, oder? Ja. Einer ist noch A lang gerusht. A lang gerusht. Oh, mein Herr. Oh, Mann, das war ein Fraggeräusch. Einen hab ich mit mir ausgelaufen. Und dieauen, der ist noch nicht so. Wunderbar, ich bin schubst. Ja, ich bin schon noch nicht aufgelaufen. Ähm. Und dann schubst du nur noch aufgelaufen. Wollt die Augen nachmedialition rauskommen. Anderes Ausdauern Er geht oben jetzt Das war eine, naja, relativ schöne Runde Bis zum nächsten Mal, macht's gut, tschüss Tschüss Oh, guck mal, da hat einer schon mit goldener Waffe